hallo zusammen heute mal was ganz abstraktes ihr seht es hier im hintergrund ich habe mich da wirklich mal ausgetaubt so splitsch platsch und ich finde es ganz gut geworden es ist ziemlich wild geworden aber es war mein erster versuch ein großes bild was ihr hier vielleicht am rand seht ich habe hier an meinem tisch keinen platz am rand gehabt als ich konnte die farbe nicht so arg drüber laufen lassen versuche ich das nächste mal besser zu machen und dadurch hat man halt in den rändern praktisch nicht so die farbe würde es besser aussehen aber gut wenn du lust hat mal was anders zu sehen wie ich das erstellt habe dann seid dabei lasst uns starten ich habe musik laufen lassen weil ich habe es auch etwas schneller das ist ein längeres video sonst dann würdet ihr das wieder gar nicht angucken bis zum schluss aber natürlich vorspulen und lasst uns starten dann bis gleich so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020